Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen hier in unserer schönen toskanischen Küche. Ich sage jetzt schon immer unsere, wobei das stimmt überhaupt nicht, das ist nur im Moment unsere, weil es ist ja ein Ferienhaus hier. Ja, aber wir würden am liebsten hierbleiben und sollte irgendeiner von euch so ein Haus haben, was er gerade nicht braucht, wir nehmen es gern. Ja, heute möchte ich euch mal erzählen, wie wir hier in diesem Holzofen Pizza gemacht haben. Das erste Mal im Leben in so einem Ofen. Also Pizza haben wir schon öfter zu Hause gemacht, so im ganz normalen Ofen halt. Und ein Grund, warum uns das Haus so gut gefallen hat, ist natürlich die Küche an sich und all diese Räume hier, die so schön sind und der Garten, aber auch dieser Pizzaofen, weil das hat uns einfach schon länger mal gereizt, sowas zu machen. Ja, dann hat der Pim seine Pizzabücher, die dicken, gewälzt und mal nachgelesen, wie das so geht mit dem Ofen und wir haben es jetzt einfach mal ausprobiert. Davon erzähle ich euch jetzt. Also als erstes habe ich ein Feuer gemacht. Da hat mir noch jemand den Tipp gegeben, um ganz schnell und einfach Feuer zu machen. Das wusste ich bisher auch noch nicht. Dann nimmt man zwei Küchentücher, träufelt ein bisschen Öl, Olivenöl oder irgendwas, was passt drauf. Und dann baut man halt so seine Reisig, seine dünnen Hölzer, die Rinde und ich habe noch ein paar Tannenzapfen hier gesammelt oder Pinienzapfen sind es eigentlich. Und die dann da rum, also die kleinen Holzstücke und dann zündet man dieses Papier mit dem Öl an und ich muss sagen, es hat super schnell geklappt. Und ja, dann kommt halt immer mehr Holz rein, immer größeres. Das wissen ja vielleicht die meisten von euch. Also man fängt mit ganz kleinem Dünnen an, dann kommt mittleres und dann am Schluss die Riesendinger, damit ein richtig gutes Feuer, gute Blut und eine gescheite Hitze herkommt. Weil der Pimm hat gelesen und gesagt, das müssen mindestens 480 Grad sein oder mehr. Ja, also ich glaube, die haben wir auch gehabt. Also zumindest nach eineinhalb Stunden habe ich dann mit einem Arbeitshandschuh und dem Schürhaken versucht, da immer ein bisschen das rumzuschieben und die Hölzer halt in die Position zu bringen. Und es war so heiß, ich bin fast gar nicht mehr. Also, da haben wir gedacht, das sind halt schon. Ja, und dann, dann hat Pimm seinen Teig geholt. Seine Teige, das waren schon drei Portionen. Hat er mir dann anvertraut, weil das Ausdrücken in Form bringen, das macht dann immer ich. Ich passe aber sehr auf, dass ich nicht die Blasen zerdrücke natürlich. Sollte, was ich jetzt? Ja, dann hat Pimsi belegt, wir haben eine Pizza Margherita gemacht mit Tomatensoße drauf. Und Basilikumblättern und Mozzarella natürlich von hier. Und ein bisschen Öl ist dann noch drüber geträufelt worden. Ja, und dann kam der große Moment. Wir haben das Feuer oder die Glut weggeschoben, das haben wir zumindest soweit ganz gut hingekriegt. Und dann hat Pimsi den Pizzaschieber genommen und hat die erste Pizza reingeschoben. Und ich muss sagen, das waren Sekunden und die Blasen und der Rand ist aufgegangen und das hat gebrutzelt. Und das hat, glaube ich, wenige Minuten gedauert, dann war die schon fertig. Dann haben wir sie rausgeholt. Und wir haben uns so gefreut, weil sie so toll geworden ist und so schön. Ja, dann haben wir uns gleich ans Essen gemacht. Das Einzige, was war, ist, dass der Rand ein kleines bisschen schwarz geworden ist, ein bisschen brandlig halt. Also es hat auch ein bisschen brandlig geschmeckt. Also nicht der ganze, sondern nur in einer Ecke. Und ja, dann habe ich den Rand abgeschnitten gleich, der war natürlich auch total heiß. Und da die Küchentür da offen war, habe ich dann den Rand genommen und habe ihn einfach rausgeschmissen. Und ich muss sagen, es hat, ich glaube, 20 Sekunden, ja, vielleicht ein bisschen mehr gedauert, dann und der Rand war weg. Ja, das war das Wildschwein von nebenan irgendwie, das wohnt da hinten. Oder da wohnen mehrere, aber das eine große kommt immer hierher. Und das hat sich gefreut, dass es auch mal holzofen Pizza gekriegt hat. Ja, auf alle Fälle sind wir total glücklich und zufrieden gewesen, dass es so gut geklappt hat. Und das mit dem Rand oder mit dem unten war es auch manchmal ein bisschen schwarz. Vermutlich, ich vermute, das war das Mehl vom Schieber oder so, ich weiß nicht. Also wenn einer von euch Zuhörern mehr Erfahrung damit hat und uns einen guten Tipp geben kann, was man machen kann, entweder sind wir zu nah an der Glut gewesen oder das mit dem Mehl war falsch oder ich weiß es nicht. Also wir freuen uns jedenfalls sehr, wenn ihr uns einen Tipp drunter schreibt, weil das war mit Sicherheit nicht die letzte Versorgung. Ja gut, dann sage ich für heute vielen, vielen Dank, dass ihr Lust hattet, hier mit mir zu sein und mir zuzuhören bei meinem Küchengeplauder. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Lasst es euch gut gehen und ciao ragazzi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020